Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Tutorial ähm ja ich mache ja Let's Plays wie ihr wisst und auch Tutorials und einiges mehr ähm jetzt wollte ich euch mal erklären wie man am besten ein Let's Play macht oder womit ja gesagt also zuerst einmal brauchen wir um ein Spiel aufzunehmen ein Aufnahmeprogramm ich empfehle da Fraps das ähm finde ich eigentlich so das beste was es geht Problem ist Fraps speichert alles natürlich ähm in original und unbearbeitet das heißt ähm Videos können mega mega groß werden also solltet ihr auf jeden Fall genug Festplatte haben wenn ich jetzt zum Beispiel ein Smile Video mache was knapp eine Stunde geht dann habe ich ca. 100 GB Video Material ähm zu den Einstellungen sollte Fraps hier kann man seinen Hotkey zulegen ähm mit welchen man Fraps startet also die Aufnahme startet hier würde ich empfehlen ja ich hab 60fps müsst ihr gucken was euer Rechner so wie er das schafft also 60fps sollte man schon machen damit ähm die Aufnahme auch flüssig läuft und nicht laggt, hackt und sonstiges natürlich muss die ähm das natürlich auch full size wir wollen ja ähm vollwertige Bilder haben und nicht irgendwie was halbes komisches was man auch machen sollte ist oh da hab ich noch nie was umgestellt 30 Sekunden sollte standmäßig da stehen das habe ich auch noch nie geändert was wichtig ist bei dem neuen Fraps Session kann man einschauen wann das Video splitten will oder nicht ähm jetzt ist das eine Sache und zwar macht ihr ein Video ähm nur ein Video dann braucht ihr es nicht unbedingt splitten oder ja warte mal ich erkläre es weiter ähm auf jeden Fall haben wir hier diese ähm Record Wind 7 Sounds ist klar weil sonst haben wir den Ingame Sound nicht und hier kommen wir zu der Sache halt mit dem Splitten wenn ihr die Aufnahme live macht also sag ich mal jetzt nicht mit einem extra Programm den Sound aufnehmt dann solltet ihr das splitten weil wenn ihr das nicht splittet kann sein dass eure Stimme anfängt zu ja nachzugehen also die ist dann verzögert sich immer und immer mehr umso länger das ähm Video halt geht deswegen würde ich sagen splittet das ähm Video besser alle 4 GB dann seid ihr auf der sicheren Seite man sieht in Game nicht wirklich was davon ganz selten oder beziehungsweise nur ganz ganz selten Only Capturing While Pushing das ähm Push to Talk sozusagen braucht man nicht wir machen ja Let's Plays wir wollen reden und nicht ähm uns nebenbei noch mit was anderes beschäftigen oder mit anderen Sachen oder mit Kollegen oder sich unterhalten oder telefonieren oder sowas wir wollen natürlich alles hier direkt live und perfekt rüberbringen Hype Maus Cursor in Videos Nein wir wollen die Mauszeiger ja natürlich sehen im Video ähm wäre ja scheiße wenn nicht würde ich sagen also das ist uninteressant Look Framerate While Recording braucht nicht die Framerate sollte sich bewegen können sonst kannst du Lags und anderen Verzögerungen kommen Force ähm Force Lossless RGB Capture könnte es langsam machen habe ich nicht an was genau das bringt weiß ich auch nicht habe ich bisher noch nie angehabt und auch noch nie ausprobiert also gut ähm nebenbei können wir auch uns die FPS anzeigen lassen sollte man Hide Overlay sollte man ausmachen weil sonst hat man jedes Mal irgendwo halt wo man es hier einstellt in der Ecke so eine kleine gelbe Zahl wie viel FPS man gerade fährt und ja das ist nicht grad schön also braucht man nicht würde ich sagen man kann es ähm das kann ich mal weg machen fällt mir gerade so ein ja man kann anscheinend dass es man per Hotkey an und aus macht aber wie gesagt das braucht man eigentlich nicht das ist eigentlich das Schwachste nicht ähm Movies ja natürlich könnt ihr auch einschalten wo ihr das speichern solltet halt da wo ihr viel Platz habt ihr könnt auch ähm Screenshots machen wenn ihr so andere Spiele spielt und für euch selber Flaps selber an sich ziehen nicht viel Leistung es sei denn ihr habt laufen also ihr nehmt ein Video auf oder sowas dann natürlich schon ihr solltet auch Möglichkeit ähm zwei Festplatten drin haben eine wo das Spiel läuft und die andere wo das Video gespeichert wird um mögliche Lacks und andere Probleme zu verhindern ja gut ähm Screenshots aber da wollen wir jetzt auch nicht weiter wir wollen ja sagen wie man ein Let's Play macht gut wenn wir das Video aufgenommen haben haben wir ein kleines Problem ich kann euch das mal ganz kurz zeigen ähm GTTK da hab ich drüber da spreche ich meine Videos immer hin ja zum Beispiel ich hab ähm ein Smite Video gemacht also das war in der Probeaufnahme hab ich einfach so gemacht jetzt gerade eben so wir haben jetzt halt viele einzelne Parts diese müssen wir natürlich jetzt auch zusammenfügen oder hier wir machen das jetzt mal mit ähm mit meinen Super Nintendo Spielen ich hab ja mich da jetzt ja auch ein bisschen gesteigert würde ich mal sagen für das um das ähm zu bearbeiten benutzen wir das Programm V-Dub komplett kostenlos kann sich jeder runterladen ist es finde ich ein mega gutes Programm dafür dass es umsonst ist wir können jetzt einfach mal ähm ja ich 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 rendern jetzt einfach mal das ähm Super Nintendo Video fügen oh entschuldigt bitte so File Open natürlich das Video Fall was öffnen wollen und ähm wenn wir es halt gesplittet haben sollten dann machen wir mit Append AVI-Segment am besten in den Einstellungen warte mal ja also Append AVI-Segment da kann man das nächste anhängen dann sind beide hintereinander ohne dass man es wirklich sieht also man müsste schon glaube ich genau hingucken damit man das erkennt ich empfehle da auch ähm die Keyboard Shortcuts so zu legen hier hat man das einem File Append legt es auf Leertaste oder was weiß ich wohin sonst müsst ihr jedes Mal ähm hier hin klicken und klicken und klicken und wenn ihr also sag ich mal wenn ihr schon ein Video Material habt und da wirklich ganz viele Parts sind und ihr einmal aus Muster kommt dürft ihr von vorne anfangen weil wenn ihr zweimal den selben Part rein zieht ist das natürlich blöd deshalb legt euch das in eine Shortcut Taste weil dann kann man ganz schnell wie bei mir Leertaste drücken zack ist noch drin kann man ein Part einfügen Nächsten Part Nächsten Part so das wäre natürlich dann ähm ist natürlich optimal dann dann hat man auch keine Probleme damit ähm dass halt man irgendwas doppelt hat oder irgendwas vergisst man kann natürlich das Video auch ähm überall wie man möchte auch schneiden hier kann man das dann halt Selection Start Selection End und dann kann man das rausschneiden und woanders wieder einfügen also so wie man möchte das ist ganz praktisch das ist ganz praktisch bei mir zum Beispiel hatte ich letztens das Problem dass ich ein Video außer sehen ja ich habe Part 2 sozusagen erst eingefügt und dann Part 1 dadurch hatte ich das dann halt es hängt mitten drin an und hört am Anfang dann in der Mitte ist dann wieder ein Anfang muss ich das natürlich einmal kurz schneiden und ändern das ist dann aber auch alles kein Problem hiermit so kommen wir zu der zu dem ähm ja wir gehen auf Video ähm auf Compression hier können wir ein Codec auswählen hier empfehle ich immer den MPEG 4 Codec zu nehmen weil der sehr stabil ist und sehr gut läuft die Videos sind im Ende immer noch ziemlich relativ groß man kann natürlich hier auch ähm umstellen auf ja 30 dann wird das sehr viel stärker ähm natürlich komprimiert da ich noch relativ relativ schnelle Internetleitung habe habe ich das bis jetzt noch nicht geändert weil ich möchte ja keine Qualitätsverluste haben deswegen lassen wir das immer auf 4 also ich zumindest ihr könnt das höher stellen auf was weiß ich was je nachdem wie schnell euer Internet ist macht ihr es auf 10 oder auf 9 8 sowieso nicht zu hoch machen weil darunter leidet natürlich die Videoqualität und das wollen wir natürlich nicht so nachdem wir das auf MPEG 4 Codec eingestellt haben machen wir das mal so jetzt haben wir das jetzt würde es schon mal komprimiert werden das Output Video wäre schon sehr sehr viel kleiner jetzt haben wir auch noch das Problem ähm dass wir schwarze Ränder jetzt zum Beispiel vor allem bei Konsolenspielen haben wir schwarze Ränder das natürlich auch das ist blöd habe ich auch eingesehen jetzt bei meinen nächsten Videos die alle kommen werden ist scheiße das wollen wir nicht und deswegen klicken wir auch wieder auf Video und haben wir Filter mehrere Möglichkeiten Filter hinzuzufügen ich habe jetzt nicht gerade viele aber die die ich habe die reichen da kann man dann halt ein paar Sachen zum Beispiel Helligkeit ändern und ja man kann das was man braucht müsste man sich genau angucken was was bringt weil ich habe es selber noch nie so wie ich benutze man kann zum Beispiel ein Logo einblenden ähm ich mach mal auf jeden Fall erstmal zu den Rändern um die weg zu bekommen brauchen wir erstmal den Null Transform im Prinzip wird einfach nur das Video einfach nur weggeschnitten jetzt gehen wir nachdem wir das haben was markiert haben Grouping jetzt haben wir ein kleines Fenster jetzt können wir genau sehen was das ist ähm jetzt muss ich jetzt mal überlegen wie hoch das war dann kann man hier sieht man gleich an der Seite jetzt schon wenn man das hoch macht wie sich das da ändert ich meine 64 wäre das ja 64 hier muss dann auch 64 natürlich hin weil das Bild ist ja mittig oh jetzt habe ich 54 gemacht 64 man sollte bei Möglichkeit so wie ich das mitgekriegt habe gerade Zahlen benutzen weil bei ungeraden Zahlen könnte es manchmal zu Schwierigkeiten kommen muss nicht sein kann aber ne dann war das wohl 14 16 16 gut 16 und ich auch nochmal 16 16 so jetzt haben wir den Rand warte ich glaube da ist immer noch ein Stück Rand machen wir da mal 18 hin dann wird das da oben wird das auch 18 sein ne ne ich denke nicht ich glaube so passt das man sieht jetzt haben wir nur noch das was wir brauchen das was gesehen werden will jetzt hat sich natürlich auch hier die Input und Output geändert wir wollen natürlich nicht in so einer Auflösung liefern ähm weil ja weil es scheiße ist wenn da immer da stehen 480p oder was weiß ich was oder noch weniger und denkt man was ist das denn das kann ja nicht gut sein dementsprechend tun wir den Leuten dann oder tun wir halt das Resizen es ändert nichts an der Größe hier müssen wir einstellen erstmal wichtig ist für Breitbild natürlich 16 zu 9 von 4 zu 3 weil Super Nintendo hatte früher nur 4 zu 3 16 zu 9 gab es damals nicht und dann brauchen wir hier so viel wie wir haben wollen also bei dem soll ich sagen 720p reicht vollkommen aus ach jetzt hab ich da 72 720p perfekt es rein läuft ok jetzt können wir gucken wenn wir jetzt auf ok klicken da sieht man das auch gleich es ändert sich jetzt haben wir rechts das Output Video links das Input Video so sieht es vorher aus so sieht es nachher aus ähm ja es ist ein bisschen verpixelter ist klar weil wir das jetzt einfach nur hoch skalieren aber Super Nintendo hat leider kein Full HD oder HD Ready das ist das Problem also ja wenn du da mal eine Auflösung von 680 hast also im 4 zu 3 Format ist das schon normal also früher gab es halt nicht mehr so wenn wir das alles eingestellt haben können wir das auch schon das ganze auch schon speichern mit safe as AVI so jetzt nehmen wir das einfach mal ähm 6 weil das mein 6es Video ist und dann klicken wir auf Speichern jetzt wird das Video jetzt kann man sich das Video angucken Show Input Show Output Video dann sieht man das wie das sich hier man sieht auch das ist langsamer als aufnimmt deswegen dauert das alles ein bisschen wir rennen gerade mit 30 FPS also teilweise Geschwindigkeit sozusagen weil wir mit 60 FPS aufgenommen haben man kann hier noch einmal ganz kurz das hier auf Heist stellen das kann manchmal was bringen aber muss nicht unbedingt sein Speed Limit kann aus wenn wir jetzt die einzelnen Videos raus klicken so also Show Input Show Output wenn wir das raus machen dann sollte die FPS auch minimal steigen man sieht jetzt habe ich 37, 38, 39 auf jeden Fall die FPS steigt dadurch an ja also macht am besten die Input und Output Videos aus aber ihr wollt euch das ja nicht angucken wie das rendert wird das kommt eh minimiert und dann das hält man im Auge weil wenn das Fensterchen weg ist ist fertig es kommt leider keine Meldung oder sowas dass es fertig ist man kann sich das noch einmal ein bisschen angucken irgendwo Probleme hat oder sowas aber braucht man eigentlich nicht so ja so nehmt ihr Videos auf so so können wir Videos ähm rendern einige von euch werden vielleicht sagen ja FRAPS live aufnehmen und sowas ist ja blöd dann kann man den Sound nicht mehr bearbeiten für diesen Falle empfehle ich euch das Programm Gold Grave beziehungsweise einige nehmen auch Outer City Gold Grave ist auch komplett kostenlos man kann hier drauf klicken nimmt den Sound einfach direkt auf man sieht hier alles so schön so bunt und hübsch und toll wenn man das aufgenommen hat kann man es hier noch ein bisschen bearbeiten in dem Programm und das nachträglich auch bei VDAP natürlich ähm einfügen wenn wir jetzt jetzt muss ich natürlich das habe ich ja abgebrochen genau wenn wir jetzt zum Beispiel auf Audio haben wir das Problem ist natürlich jetzt hier ähm ne jetzt müssen wir auf Full Processing stellen weil damit wir alles frei haben dann können wir es auch nochmal komprimieren braucht man aber nicht ähm und da kann man dann halt das Audio von einer anderen Quelle noch hinzufügen und dann ja kann man es rendern wenn ihr es extern aufnehmt kann sein dass es ein bisschen groß wird also Compression auf MPEG 3 stellen und das ist getan und dann passt das auch schon mit dem Sound und mit allem ähm ja an dieser Stelle sage ich ich hoffe es hat euch was gebracht und ich hoffe ihr habt es auch verstanden was ich gemacht habe wenn es zu schnell ging oder wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr andere Tutorials sehen müsst sagt mir Bescheid ich werde für alles mögliche Tutorials machen alles was euch interessiert alles was man gebrauchen kann also an dieser Stelle machts gut und bis zum nächsten Mal Bye 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 Bye